Wir sind jetzt hier angekommen. Unser erster Stellplatz. Wir hatten richtig Glück. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt hier angekommen. Unser erster Stellplatz. Wir hatten richtig Glück. Hier war was an einem wunderschönen See frei. Wir sind gerade ziemlich müde. Man sieht es uns wahrscheinlich auch an. Wir sind noch seit heute Morgen unterwegs. Wir machen jetzt noch schnell was zu essen und dann ist der erste Tag auch schon vorbei. Morgen zeigen wir euch nochmal genau den Stellplatz. Hier ist Platz für fünf Camper. Auf diesem Platz hier direkt am See. Hinter uns sind ein paar Wohnhäuser und eine Straße. Aber das war eigentlich jetzt heute Nacht überhaupt nicht laut. Also es war total idyllisch. Die Forscher haben gequakt. Ist kein Auto lang gefahren. Sind aber wie gesagt nur fünf Plätze. Ist kostenlos. Und hat hier hinten. Ich nehme euch gerade mal mit. Hier hinten gibt es noch so ein kleines WC-Häuschen mit zwei Toiletten. Auf jeden Fall ganz praktisch. Da muss man nicht die eigene Toilette im Camper nutzen. Und hier ist nochmal eine Grauwasser Möglichkeit, um das Grauwasser zu entleeren. Und hier hat es auch noch mit Blick auf den See Duschen, Außenduschen. Wo man quasi in Badehose sich mal abbrausen kann. Ist auch ganz schön. Musik 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 Wir sind jetzt oberhalb des Lac Ane C. Und die Straße hier hoch war ziemlich kurvenreich und sehr, sehr viel los. Aber wir sind auch sonntags hier, also es ist kein Wunder und die Aussicht ist einzigartig. Man hat einen ganz, ganz tollen Blick über den See, in die Berge. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese vielen Kurven in Kauf zu nehmen. Bis zum nächsten Mal. Der Platz verfügt eben über Stromanschlüsse. Und Entsorgungsmöglichkeiten, aber keine WC's und keine Duschen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.